Musik Würdet ihr euch freuen, über einen Garderobe, eine eigene Plus-Tribüne, dass ihr davon mehr Leute spielen könnt und nicht mehr den Weg machen müsst, um zu salben? Ja, das wäre ziemlich praktisch, wenn man nach dem Match müde ist und man nicht mehr so weit laufen muss. Was gefällt dir am FC Kirchberg? Mir gefällt es hier sehr viel, weil man sehr gute Qualitäten hat, weil wir einen guten Trainer haben und einen guten Platz, und wir können trainieren. Ich finde den FC Kirchberg cool, weil es so viele Vielfältigkeiten hat. Hallo zusammen, im Namen des FC Kirchberg möchte ich euch ganz herzlich motivieren, die Goethe in die Migros einkaufen. Wir möchten unser nächstes Projekt realisieren, wir möchten ein Garderobe, eine Tribüne machen und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Wer geht alles ins Migros einkaufen? You! Give me the 7! 5! Give me the 10! 10! Give me the call! 5! 10! 10! 5! Das war's für heute.